Tom Kaulitz, er ist Opa geworden. Nachwuchs im Hause Klum Kaulitz. Besonders Tom geht voll und ganz in seiner neuen Opa-Rolle auf. Tom Kaulitz, 34, könnte nicht glücklicher mit seiner Frau Heidi Klum, 50, sein. 2019 gaben sich die beiden das Ja-Wort und schweben immer noch auf Wolke 7. Seit der Hochzeit ist Tom nicht nur Ehemann, sondern auch vierfacher Stiefpapa. Doch die Familie wächst immer weiter. Tochter Leni, 19, hat jetzt die süßen Baby-News verkündet. Tom Kaulitz ist Opa geworden. Leni und ihr Freund Ares Rachewski, 19, sind neuerdings Hund-Eltern. Ares und ich haben einen Welpen adaptiert, berichtete das Model stolz auf Instagram und veröffentlichte zuckersüße Schnappschüsse von dem kleinen Vierbeiner. Auch Heidi und Tom sind hin und weg von dem neuesten Familienmitglied. Besonders Tom geht voll und ganz in seiner Opa-Rolle auf. In ihrer Story veröffentlicht Heidi nun einen Clip, in dem er mit dem kleinen Hund kuschelt und flötet, Bist du bei deinem Großvater? Tom ist eben ein echter Hundemensch. Nachdem sein geliebter Kappa gestorben war, schenkte Heidi ihm zu seinem 34. Geburtstag die Welpen Uschi und Jäger. Und auch sein Zwillingsbruder Bill möchte wieder einen Vierbeiner bei sich aufnehmen. Weil ich die ganze Zeit die Hunde-Energie vermisse, habe ich jetzt ein Adaptionsformular ausgefüllt. Jetzt warte ich die ganze Zeit, ob ich genommen werde, erzählt er in der neuen Folge Kaulitz Hils, Senf aus Hollywood. Vielleicht wuselt im Hause Klum Kaulitz ja bald noch ein weiterer Hund rum.